Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spiele Magazin und dies ist die 140. Ausgabe von kostenlose Spiele. Ja genau, wenn ihr diesem Channel gefolgt seid, von Anfang an habt ihr 140 kostenlose Spiele mehr. Ja, warum? Weil ich immer die aktuellsten Tipps habe und so weiß ich nämlich, dass Jurassic World Evolution, das ihr hier gerade seht, ab dem 31.12. um 17 Uhr bei Epic Games kostenlos zur Verfügung stehen wird. Alles was ihr braucht, ist ein kostenlosen Account bei Epic Games, dann könnt ihr euch das Spiel holen, mit dem Account verbinden und dann dürft ihr euch runterladen, behalten und spielen, solange ihr wollt. Und ich muss sagen, das sieht wirklich gut aus, das sieht aus nach dem Spiel für mich. Das muss ich jetzt einfach mal so festhalten. Ich und Dinos, das ist schon in meinem Let's Play zu Ark Survival Evolved vielfach unter Beweis gestellt worden. Ja, wer das Let's Play kennt, der wird natürlich sagen, wir haben das Let's Play gesehen, Captain Bam, du warst beschissen. Aber das ist natürlich nur ein Irrglaube. Also, zurück zum Spiel, dieses Spiel, Jurassic World Evolution, das gibt es ab dem 31.12. kostenlos bei Epic Games. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was kostenlose Spiele angeht, dann lasst mir ein Abo da. In diesem Sinne, ihr seid die Besten. Ich bin Käpt'n Bam. Macht's gut. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.